Ja, moin Leute, heute zum Testvideo der Frontkamera des iPod Touch 5G und yo, ich wollte euch einfach mal die Qualität zeigen. Ist jetzt eine 720p HD Videokamera geworden mit 1,2 Megapixel Fotoaufnahmen. Und yo, da ihr mit der Kamera eigentlich anstatt FaceTime ähnlich viel macht, dachte ich mir einfach, yo, zeige ich mich einfach mal. Und yo, so denke ich mal FaceTime die auch, deswegen wollte ich das mal euch zeigen, wie die Qualität so ist unterm FaceTime. Und yo, ich habe auch versucht ein paar Fotos mit der Frontkamera zu machen. Hängen natürlich jetzt im Nachhinein im Video an. Und yo, ist von der Qualität her Mittelmaß, für Schnappschlüsse oder Facebook-Kefibler reicht es auf jeden Fall. Und yo, das war es dann auch schon zum Frontkamera Testvideo. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und ciao.